Das sind also die Erfahrungen der Menschen im Land mit Corona aktuell. Fragen dazu nochmal an Pascal Kiss. Wie sieht denn die offizielle Corona-Covid-Lage in Rheinland-Pfalz aus? Also gefühlt waren jetzt im Sommer, vor allem Mitte Juli, viele Menschen krank. Und dieser Eindruck, der täuscht auch nicht. Also es waren so ungefähr jeder Zwanzigste, der krank war. Davon hat nicht alles mit Corona zu tun. Also so 20 bis 30 Prozent ging dann auf das Konto von dem Virus. Genau weiß man es nicht, aber so ungefähr. Und jetzt bei den, ja, wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, darum müssen wir uns ein Stück weit gewöhnen. Das sind jetzt die Nachwehen von der Corona-Zeit. So, dass es halt sein kann, dass in den nächsten Sommern und Wintern halt ein Stück weit stärker ausfällt, die Erkrankungswellen. Jetzt kommt aber dieser neue Impfstoff. Wer sollte sich denn damit jetzt tatsächlich nochmal frisch impfen lassen? Also vor allem die über 60-Jährigen. Man kann auch sagen, so ein bisschen wie bei der Grippeschutzimpfung. In dem Modus sind wir jetzt auch. Also einmal pro Jahr impfen. Und man könnte sagen, ja, gut, warum braucht man das? Ich habe da mal die Zulassungsdaten jetzt von den Amerikanern geschaut. Die sind da meistens ein bisschen transparenter in dem Punkt oder schneller. Und da sieht man, dass der Schutz so letztes Jahr bei 76 Prozent lag bei der Erkältungswelle. Und dann ging es auf bis zu 50 Prozent zurück. Und da reden wir von Daten jetzt vom April diesen Jahres. Das ist jetzt nochmal deutlich schwächer. Das heißt, man merkt, dass man jetzt jedes Jahr tatsächlich anpassen muss, damit halt Menschen, die ein besonderes Risiko haben, also Lungendefizite, das Immunsystem ist eben nicht so ganz intakt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, starkes Übergewicht, all diejenigen sind eben dazu aufgerufen, diese Impfung zu machen. Für die unter 60-Jährigen, das muss man aber auch betonen, gibt es keine Empfehlung. In der Hinsicht, dass man das klar machen muss, kann man natürlich. Vielen Dank für die wertvollen Informationen, Pascal Kiss. Gerne.